Hallo und herzlich willkommen zu unserer kurzen Einführung in die Bedienung von Microsoft Excel. Auch wenn ihr zu Hause auf eurem Computer kein Microsoft Excel installiert habt, sondern mit einem der anderen bekannten Tabellenkalkulationsprogramme arbeitet, wie zum Beispiel dem kostenlosen LibreOffice, OpenOffice oder auch mit Apple Numbers, werdet ihr von dem, was wir euch in den nächsten Videos zeigen werden, mit Sicherheit profitieren können. Denn die Bedienung von Microsoft Excel ist in weiten Teilen absolut identisch mit der Bedienung der anderen genannten Tabellenkalkulationsprogramme. Warum Excel ein so saugutes Programm ist und sich zu viel mehr eignet, als damit einfach nur seine Einkaufslisten zu erstellen, seht ihr an diesem Tabellenblatt. Ich habe hier mal den Klausurausfall meiner letzten Statistikklausur aufgeschrieben. Ihr seht ganz links die Noten als Zahlen, rechts daneben die Bezeichnung der Noten und rechts daneben dann die Häufigkeit, mit der jede der Noten vorgekommen ist. Zusätzlich habe ich euch mal den Mittelwert ausgerechnet und noch ein Säulendiagramm des Klausurausfalls erstellt. Den Mittelwert, den ihr hier seht, den könnte man sicherlich mit einem Taschenrechner auch noch berechnen. Aber Excel kann viel, viel mehr. All das, was ihr hier seht, den Mittelwert und das Diagramm, das sind keine statischen Inhalte. Angenommen, es kommt einer meiner Hilfskräfte zu mir und sagt, du Malte, ich habe da in der Ecke noch 17 weitere Klausuren gefunden, die du noch korrigieren müsstest und ich korrigiere die dann und stelle fest, ach du Scheiße, alle durchgefallen. Dann müsste ich die Anzahl der Fünfe in der Klausur um 17 erhöhen. Ich mache das mal. Ich schreibe also hier statt der 5 eine 22 in das Feld der Häufigkeit für die Note 5. Und während ich das tue, achtet ihr mal bitte entweder auf den Mittelwert oder auf das Diagramm. Also, ich trage ein 22 und drücke die Return-Taste. Habt ihr das gesehen? Der Mittelwert hat sich sofort verändert und auch die Säulenhöhe in dem Diagramm ist sofort auf 22 hochgesprungen. Wenn wir also Berechnungen in einem Tabellenkalkulationsprogramm durchführen, dann werden diese immer automatisch aktualisiert, sobald sich die Grundlage dieser Berechnung verändert. Mit einer einzigen Veränderung können wir Dutzende, teilweise Hunderte anderer Berechnungen in Excel sofort verändern. Bevor wir loslegen, lasst mich euch zuerst noch erklären, was ihr in den nächsten Videos nicht von uns erwarten könnt. Wir werden euch keinen umfassenden Kurs, keine vollständige Schulung in der Bedienung von Microsoft Excel angedeihen lassen. Wir werden euch stattdessen eher im Sinne eines Tutorials an die Hand nehmen und in die grundlegenden Bearbeitungsschritte von Microsoft Excel einführen. Und zwar in genau diejenigen Bearbeitungsschritte, die wir brauchen, um unsere Do-it-yourself-Aufgaben kompetent und sicher lösen zu können. Lasst euch also nicht davon irritieren, dass wir auf viele der Buttons und Menüpunkte von Microsoft Excel nicht eingehen werden. Und lasst euch auch nicht davon irritieren, wenn euch manches zu schnell geht. In dem Falle spult einfach ein bisschen zurück und versucht das Ganze noch einmal. Damit ihr direkt mitmachen könnt, haben wir euch das Übungsblatt, das ich in den nächsten Videos ausfüllen werde, hier zum Download zur Verfügung gestellt. Ladet euch das einfach herunter, öffnet das mit eurem Tabellenkalkulationsprogramm und macht live mit, während ich euch erkläre, wie wir mit Microsoft Excel umgehen. Viel Spaß dabei. Ciao und tschüss.